Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der nächsten Draft-Analyse und dieses Mal geht es um die besten Tight Ends. Ich habe ja gefragt, mit welcher Positionsgruppe ich mich als nächstes beschäftigen soll und ich habe Linebacker und Tight End hauptsächlich gehört. Ich glaube, einer hat sich die Friends of Ends gewünscht, aber deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich mache erstmal die Offense, also als nächstes werden dann vermutlich die Linemen kommen. Ich muss noch gucken, ob ich in Guards und Tackles unterteile, vermutlich aber nicht, weil ganz ehrlich, das ist eine ziemlich unattraktive Position für den normalen Football-Schauer sozusagen. Deswegen werde ich da vielleicht eine etwas längere Episode machen, muss ich wirklich alles noch überlegen. Aber als nächstes die Offensive Line und dann sind wir erstmal durch mit der Offense. Heute, wie gesagt, Tight Ends und ich habe mir fünf rausgesucht. Wir fangen direkt an mit Nummer 5, 6 Fuß 5 aus Indiana, Ian Thomas. Ist ein relativ roher Tight End. Also die Mentalität von ihm wird beschrieben als bescheiden und still und fleißig sozusagen. Also er arbeitet viel, ob das nur im Klassenraum ist oder quasi auf dem Feld im Training. Ist alles erstmal sehr gut, wenn man nicht so einen feurigen, so einen impulsiven Tight End haben möchte, wie zum Beispiel in Travis Kelsey, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber fleißig ist definitiv erstmal ein sehr guter Trade. Was bei ihm auch wichtig ist, er kann sowohl blocken als auch Pässe fangen. Logischerweise, das machen alle Tight Ends, aber nicht alle Tight Ends können das gleich gut. Wir haben zum Beispiel aus Florida State Ryan Izzo, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen in meine Top 5, weil er einfach als Pass-Catcher nicht wirklich gut ist momentan. Das heißt, er ist ein super Blocker, aber da fehlen noch so ein bisschen Qualitäten und bei Ian Thomas ist es halt ziemlich ausgeglichen. Das Problem beim Blocken ist, dass die Stärke quasi alles da ist und im College reicht es dann meistens auch, um wirklich jemanden zu blocken. Aber die Technik, die Handplatzierung quasi, wo fasse ich an beim Blocken, wo greife ich zu, wo drücke ich nur, sowas alles, das ist noch nicht richtig da. Aber Gott sei Dank kann das alles gecoacht werden, deswegen sozusagen roh. Also er ist vom ganzen Athletischen her, was man nicht wirklich coachen, was man nicht wirklich lernen kann, ist er super dran. Und das Ganze, was man lernen kann, ist noch nicht so entwickelt, aber logischerweise hat man es lieber so rum, als jemanden, dem man nichts mehr beibringen kann, weil er schon alles Technische weiß, der einfach athletisch nicht wirklich da ist. Deswegen ist es so rum eigentlich eine perfekte Kombination. Nummer 5, Ian Thomas. Ich denke, dritte Runde ist so der Bereich, in dem er gedraftet werden wird. Nummer 4, Tight End aus Oklahoma, Mark Andrews. Das Mitlieblingsziel des letztjährigen Heisman-Trophy-Gewinners. Und da gibt es sehr gespaltene Meinungen. Ich habe ihn auf Nummer 4, also seht ihr, ich bin nicht ein Fan von ihm, aber ich denke, er ist sehr gut. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Tight End-Klasse dieses Jahr echt ziemlich schwach ist, meiner Meinung nach. Es gibt einen AFC-Scout, logischerweise wieder anonym, also man weiß nicht von welchem Team, man weiß nicht welcher Scout es ist. Und der hat sich öffentlich relativ, also was heißt öffentlich, in seiner Anonymität natürlich öffentlich, relativ schlecht geäußert über ihn. Er meinte, letztendlich ist es nur ein großer, langsamer Slot-Receiver. Das Problem bei Mark Andrews ist nämlich, er kann einfach wirklich nicht blocken. Das war schon im College ziemlich schlimm. Und wenn man das Ganze dann nochmal ein bisschen auf die NFL anwendet, du kannst ihn gegen keinen Durchschnittlichen, gegen keinen Unterdurchschnittlichen und gegen die Überdurchschnittlichen erst recht nicht natürlich, Defensive Ends alleine lassen. Das wird niemals gehen. Schon gute Blocking-Tight Ends, sage ich mal, haben gegen normale Defensive Ends Schwierigkeiten teilweise. Und jemand, der so überhaupt nicht blocken kann, dem müsstest du immer Hilfe zur Seite stellen. Beziehungsweise Defenses würden dann schon wissen, der ist im Spiel, dann wird es wohl jetzt eher ein Pass als ein Lauf. Und das muss er wirklich noch verbessern. Und das wird manche Teams davon abhalten, ihn zu draften. Noch dazu hat er Typ 1 Diabetes. Es gibt ein paar NFL-Spieler jetzt schon, die damit ganz gut klarkommen. Jack Cutler hat das zum Beispiel. Das ist relativ gut kontrollierbar. Man kann es im Griff halten mit Ernährung und was weiß ich. Aber es ist trotzdem, so böse es klingt, weil er nichts dafür kann, ist es ein Minuspunkt im Draft. Letztendlich, denke ich, zweite bis dritte Runde. Irgendein Team wird ihn höher draften, als die meisten anderen Teams ihn haben. Und hoffen, dass sie einen sehr guten Pass-Catching-Tight End aus ihm rauskriegen. Tight End Nummer 3. Hayden Hurst aus South Carolina. 6,5 wieder. Ihr merkt schon, die sind bis jetzt alle 6,5 gewesen. Das ist eine gute Größe für einen Tight End. Also ich sage mal 6,3 bis 6,7,6,8. Das sind alles gute Tight End-Größen. Natürlich, groß und schnell ist logischerweise wie immer perfekt. Weil man dann ein Mismatch hat, gegen wen auch immer man auf dem Feld ist. Man ist zu schnell für Linebacker, man ist zu groß für Cornerbacks und sowas. Deswegen ist Gronkh zum Beispiel so gut. Noch dazu hat er ein krasses Route-Running, aber da müssen wir jetzt nicht reinkommen. Wir reden über Hayden Hurst. Er ist schon 24. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber es heißt, er wird sich von Natur aus nicht mehr wirklich entwickeln. Also da werden nicht mehr allzu große Sprünge kommen. Im College hat er super Tape gehabt. Als Blocker perfekt. Als Receiver auch sehr gut. Also sichere Hände. So ein richtiges Sicherheitsnetz, was man manchmal will. Also der wird nicht eure Rob Gronkowski, Travis Kelsey, von mir aus Jimmy Graham Flash Plays haben. Aber beim 3. und 3 zum Beispiel ist er immer da als Sicherheit. Oder wenn man irgendwo nicht weiß, wo wirft man hin, wirft man einfach hoch auf ihn und der hat ihn. So, das war im College. In der NFL wird sich das natürlich ein kleines bisschen verändern, aber er ist ein definitiv ein guter Prospekt, ein sicherer Prospekt. Bei zum Beispiel Ian Thomas, bei meiner Nummer 5, da ist einfach das Spektrum viel größer. Das heißt, du weißt nicht genau, was du kriegst. Das heißt, man kriegt ihn vielleicht hier unten und kann ihn eventuell entwickeln zu hier oben. Bei Hayden Hurst wird das ganze Spektrum deutlich kleiner sein. Also du kriegst ihn halt definitiv nicht hier unten, sondern mindestens da, aber du kannst ihn vielleicht auch nicht über diese Schwelle entwickeln. So, das ist für manche Teams negativ, für andere Teams ist es positiv. Kommt immer drauf an, ein bisschen was man haben will, in was für einer Position man ist. Also denkt man, man kann nächstes Jahr direkt in die Playoffs kommen, wenn man die Tight End Position verbessert? Oder ist das eher für die Zukunft gedacht ein bisschen? So eine Aspekte spielt immer mit rein. Deswegen fallen manche Teams für Hayden Hurst zum Beispiel schon raus. Letztendlich mit diesen ganzen Aspekten, also ein Sicherheitsnetz für vielleicht irgendeinen jungen Quarterback. Er kann gut blocken, also er kann beides gut letztendlich. Und er hat schon ein bisschen Erfahrung, er ist sehr reif, also macht jetzt nicht irgendwelche dummen, was weiß ich, NFL-Rookie-Sachen. Wird mit Gras erwischt oder so. Also deswegen wird er schon irgendwo gedraftet. Ich denke, die zweite Runde ist so der Bereich. Vielleicht fällt er in die dritte Runde und es kommt drauf an, wann der erste Tight End gedraftet wird. Nummer 2 auf meiner Liste. Mike Gesicki aus Penn State 6'6 diesmal. Also nicht 6'5, ist größer als die anderen. Und das ist auch der erste ein bisschen negative Punkt. Er ist nicht wirklich gebaut wie ein Tight End. Also er ist nicht wirklich breit gebaut, nicht wirklich stark. Sieht ja zumindest nicht aus. Er ist einfach sehr, sehr lang und irgendwie schmal. Also mit den Shoulder Pads sieht man natürlich an sich nicht wirklich schmal aus, aber wenn man den mit anderen Kollegen vergleicht, auch die Arme und sowas, dann ist er nicht wirklich so muskulös aufgebaut wie die meisten anderen Tight Ends oder zumindest wie der stereotypische Tight End. Das hat ein bisschen Nachteile, weil wenn man so lang und groß ist, dann ist man logischerweise nicht besonders wendig. Zumindest die meisten Leute. Das heißt, er kommt nicht so schnell in die Cuts rein und aus den Cuts raus und sowas. Das wiederum heißt, er wird bei diesen ganzen kurzen, roten Underline of Scrimmage Probleme haben, die Coverage abzuschütteln. Aber 6'6 wiederum ist er größer als die meisten Verteidiger. Wird größer sein als so ziemlich jeder Verteidiger, gegen den er spielen wird. Und er ist ein sehr guter Pass-Catching Tight End. Das ist ein bisschen das gleiche wie bei Mark Andrews meiner Nummer 4. Also blocken wirst du nicht wirklich aus dem Raus kriegen. Er blockt ein bisschen besser als Mark Andrews, also so komplett nicht vorhanden ist es nicht. Er blockt schon teilweise, aber er ist erstens ein deutlich besserer Blocker noch als Mark Andrews. Und zweitens denke ich auch persönlich noch ein besserer Pass-Catcher. Er ist einfach sehr klug, versteht, wo er bei den Zonen zum Beispiel sitzen muss, also wo er stehen bleiben muss, wo er sich verlangsamen muss, damit er nicht schon in die nächste Zone reinrennt. Gegen Man-Coverage weiß er, was er machen muss. Und diese Contested Catches, also die 50-50-Bälle, die hat er auch drin, die kann er auch fangen. Deswegen ist das Ganze nicht so schlimm, sage ich mal, dass er so groß ist und so. Irgendein Team in der zweiten Runde wird ihn nämlich schenken. Zweite Runde ist es ziemlich safe, dass er da irgendwo gedraftet wird. Jetzt ein kurzer Blick auf meine Liste insgesamt. Wir hatten auf Nummer 5 Ian Thomas aus Indiana, auf 4 Mark Andrews aus Oklahoma, auf Nummer 3 war Hayden Hurst von den South Carolina Gamecocks. Auf 2 haben wir Mike Gesicki, Penn State und jetzt auf 1 Dallas Goddard aus South Dakota State. 6-5 wieder groß, also so wie Nummer 3 bis 5. Und er ist, bei den meisten Leuten wird er Tight End Nummer 1 sein. Es kann sein, dass irgendwo Gesicki drüber kommt. Es kann sein, dass selbst Hayden Hurst irgendwo drüber kommt. Bei den Tight Ends, wie gesagt, haben wir dieses Jahr nicht wirklich so viele sehr gute. Also ich denke beinahe, dass kein Tight End in der ersten Runde gedraftet wird. Dafür sind andere Positionsgruppen zu stark. Und wenn doch, dann wäre es meiner Meinung nach ein kleines bisschen ein Reach. Also man reicht nach vorne sozusagen. Reach heißt reichen im Sinne von nach etwas langen. Und das ist gut beschrieben, denn vom Talent her, sage ich, ist er zweite Runde. Wenn sich jetzt aber in der ersten Runde schon irgendein Team denkt, oh shit, wir brauchen unbedingt den besten Tight End in dieser Klasse. Ist egal, wir haben einen späten ersten Rundenpick, wir draften den Pick. Zum Beispiel könnte ich mir das bei Jacksonville vorstellen. Und jetzt, wo sie mit Blake Bortles verlängert haben nochmal, weiß ich nicht mehr genau, was sie im Draft machen. Muss ich mir alles nochmal angucken. Es könnte sein, dass Dallas Goddard dahin geht. Aber ich will jetzt nicht sagen, zu welchem Team er geht. Ich muss ja ihn beschreiben. 6'5' wie gesagt. Und der macht absolut athletische Caches. Also so ein bisschen oder Beckham-mäßig. Natürlich nicht auf dem gleichen Level. Aber der ist schon mal ganz gut hier und da der One-Handed Catch dabei. Deswegen ist er auch so ein bisschen ein Fan-Liebling. Der kann letztendlich kurze Bälle fangen, der kann mittlere Bälle fangen, der kann lange Bälle fangen, kann er alles machen. Er kann auch blocken. Auch da ist die Technik noch nicht so da. Ist aber alles coachable. Also man kann ihm das alles beibringen. Die Athletik ist definitiv da. Die ist sehr gut für ein Tight End. Viele sagen, er ist der nächste Rob Gronkowski. Ich sage ein bisschen, das ist dieser amerikanische Hype, den sie reinbringen wollen, um eine doch relativ schwache Tight End Draft Klasse aufzuwerten. Letztendlich hat er Division 1 nicht gespielt Football in College. Beziehungsweise nicht richtig. Das heißt, er hat gegen schlechtere Competition gespielt als die meisten anderen. Logischerweise sieht er deswegen ein bisschen besser aus. Man muss da ein bisschen was von abnehmen. Es kann sein, dass er genauso gut ist, wie er aussah. Es kann aber auch sein, dass ihn die schlechteren Gegner quasi nur besser haben aussehen lassen. Was ich ein bisschen befürchte. Also der wird gedraftet werden. Definitiv höchstwahrscheinlich als erster Tight End. Ich sage Runde 2. Er wird auch seine Catches haben nächstes Jahr. Aber ob das in 5 Jahren oder sowas noch irgendwo ein Tight End Nummer 1 ist oder generell irgendwo ein Tight End, das weiß ich nicht. Es ist schwer zu analysieren dieses Jahr in der Draft Klasse. Also wenn euer Team ein Tight End braucht, definitiv. Dann würde ich vielleicht eher auf einen Trade oder Free Agency hoffen als auf die Draft Klasse. Auch wenn da natürlich jemand dabei sein kann, der alle Analysten letztendlich einen besseren belehrt und ein richtig, richtig guter Tight End wird. Alles klar, das war es mit der Tight End Analyse. Wie gesagt, nächstes Mal Offensive Linemen. Da werde ich mich vermutlich für jeden Offensive Linemen ein bisschen kürzer halten. Vielleicht nehme ich dafür ein paar mehr rein. Mache Guards und Tackles und Center logischerweise zusammen. Ich weiß es noch nicht. Aber für die meisten Leute, wie gesagt, ist Offensive Linemen nicht sehr interessant. Deswegen mache ich das Ganze vielleicht ein bisschen komprimierter einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Ich freue mich da sehr drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020